Dann geht's weiter, sagt mal alle hi YouTube und smash the bunny, danke für den Raid. So, okay, 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 wir müssen uns ein Chocobo holen, aber was ist, wenn wir uns kein Chocobo holen? Was ist, wenn wir uns einfach so aufmachen? Oh, no fun allowed, das glaube ich euch nicht. Ich bin mir übrigens bewusst, dass, wie hieß er, Midgar Sormr, der eigentliche Name der ganzen Geschichte hier ist. Aber ich hätte es ein bisschen Charming gefunden, wenn sie Midgar Sormr einfach als Namen beibehalten hätten. Junge, wie sie einfach so random Tiershit einfach haben hier. Die halt einfach existieren, die einfach keine Gegner sind, die sind einfach da und machen Sachen und das ist einfach voll cool. Das ist, das ist voll cool, man. Wie du siehst, kann ich diesen Sumpf easy auch ohne Chocobo durchqueren. Ich werde nicht sagen, dass Chocobos einfach crazy overrated sind, aber wie ihr seht, mit crazy Navigation kann man auch ohne Chocobo relativ weit kommen. Ich erwarte eigentlich nur, dass ich gleich einfach gekillt werde. Ah, und hier können wir schon nicht mehr weiter. No, da hinten ist irgendwas Cooles und da kommen wir nicht hin, oder? Uh. Ist schon, ist schon, ist schon cute, wie man hier so die kleinen Mappingfehler überall findet. Die Pogopuschel gibst du in Secret of Mana. Und ich glaube, die heißen jetzt auch anders. Die haben jetzt originale Namen, also so wie sie in den japanischen Versionen hießen, aber ich weiß nicht mehr, wie die waren. Okay, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Plus jedes Mal eine Erinnerung daran kriegen, dass wir doch bitte Chocobos holen sollen, wenn wir das Wasser auch nur mit einer Faser unseres Körpers berühren. Aber gut, holen wir uns Chocobos. Aber es ist cool, dass du halt überhaupt da hinkommst. Damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet. Okay. Untertitelung. BR 2018 Es ist schon hübsch so, wenn du halt hier so lang läufst. Das ist schon echt ein ziemlich hübsches Spiel. Du, 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 du. Du, 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 du. Ne, dem laufen wir jetzt nach vorne. Ich hoffe, es wird später noch irgendwie eine Funktion reingepatcht, dass man Items automatisch aufsammeln kann. Selbst Forspoken hatte das. Und come on, Final Fantasy 7. Du bist ja wohl besser als Forspoken. Ja, ich denke, ich habe alle Wärme gewonnen. Ah! Na, bitte. Wir müssen trotzdem noch nach da irgendwie. Aber der Weg ist total dumm. Lass uns lieber nach da laufen. Ich kann jedem nur ganz viel Spaß dabei wünschen, das hier zu spielen. Der Anfang ist auf jeden Fall echt richtig cool. Ah, guck mal, die Tore sind offen. Hey, dude. Sie sind so cute, oh mein Gott. Sie sind so gut. Wir hatten die Zeit, wir hatten die Republik Fairies, die uns von A zu B. Aber jetzt sind sie nichts, aber Driftwoods, leider. Wir haben die nächste beste Sache, doch. Chocobos. To sie, ein Bottomless Bog ist noch besser als ein Kiddie-Pool. Jetzt, Damen und Herren. Ihr wahrscheinlich fragt, was diese Börse die Kraft zu fliegen durch die Wärme mit Ease? would you believe that their fluffy feathers give them the buoyancy to float while their limber legs can outrun a motorboat? Wow. Das ist schon cool. Wie das einfach alles richtig, richtig gut gemacht ist, Mann. Seht euch den Boy an. Look at the boy einfach. Er ist so fluffy und gelb und groß. Mega gut. Er ist so cool, wie sie dir hinterher gucken einfach. Oh mein Gott. Die Frage ist natürlich, kann ich auch hier den Chocobo-Dance auslösen? Das wäre insane, wenn sie das drin haben. Guck mal, wie schön die einfach aussehen. Das passt einfach. Guck mal, Pops. Aber du bist aus Glück, Pops. Guck mal. Einmal mehr Pferde. Der letzte Mal war es heute Morgen. Können Sie mich verletzen, kid. Diese sind für gesagt. Das oder sie sind nicht fit für Ridingen. Aber ich kann sie sehen, dass du in einem Bind bist, also ich werde dich auf die Liste. Für einen Preis, natürlich. Was ist? 10,000 Euro. Das ist, wir haben nicht so viel Geld. Oder überhaupt nichts. Also, es gibt eine andere Option. Nur kostet dir ein Gramm. Das ist was ein Schöne, könnte ich sagen. Aber ich würde nicht dreamen, dass du dich weiterverteidigst. Es ist so, dass ein unserer Bind ist, der andere Tag. Wilde, aber trotzdem ein Chocobo ist. Wenn du ihn kannst, wenn du ihn findest, dann ist er dein, freiwillig. Du bist sicher? Ja, warum nicht? Name's Pico, the hardest-headed bird you'll ever meet, by far. And he's the spittin' image of Pops here. You can start by looking for his tracks. Find those, and you're sure to find the feet that made him. Now, wild chocobos can be a bit skittish around people. But if you play it cool and creep up real quiet-like, you'll wrangle him no problem. I think we can do that. Thanks. And one last thing. This info comes free of charge, provided you promise to stop by our shop. Speak to Chloe back there. She'll sell you whatever you need. Kids are born businessmen. If y'all can catch our runaway and get his butt back here, riding and riding lessons are on me. Junge, das ist so charming einfach gemacht. Ich bin begeistert. Sorry about my brother. All he thinks about is money. He's just doing his job. We understand. I suppose. But he's been a real pain about it ever since our parents left. Say, are you guys from Midgar? Yeah. The Undercity. Then, do you happen to know Chocobo Sam? Um, not very well, but... Yeah, I guess we do. Where is he? Probably the Sector 6 slums. He's a big deal in Wall... Um, why do you ask? I was... thinking about reaching out. It's his fault mom and dad are gone, so... Chloe, that's none of these good folks' business. But they get help! Don't tell anyone what she told you. Sam's one of the biggest names in the business. If he gets rid of that story, our ranch is done for. Don't worry. You're secret safe with us. I promise. Oh! Take these greens. You can give them to Pico when you find him. They were always his favorite treat, you see. Maybe he'll come back once he's had a taste. Right. Should probably sell you stuff, huh? Billy will throw a fit if I don't at least try to get you to spend a few gill. No pressure. But if anything catches your eye... Also, if you have any golden plumes on you, I can exchange them for Chocobo gear. So be sure to hand them over if you do. I hope Pico doesn't give you all too much trouble. Klauen wir erst mal. Erst mal das Lagerräumen. So. Is here no was? Uh, here it's up. Ich will einen Chocobo streicheln. Oder ihm irgendwas zu essen geben. Kann ich dich streicheln? Wie sie einfach alles auseinander nehmen hier. Ich höre nur, wie er einfach alles umfällt und durch die Gegend geräumt wird, so. Oh, Mann. Verpasste Chance, den Vogel aus Versehen Boko zu nennen, aber ist okay. 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 D des Shops. Das ist jetzt. Okay, versuchen wir mal den Vogel zu finden. Oh, man muss den Chocobo-Spuren hinterherlaufen, wie im Original. Also im Original war es ja so, dass du diese Chocobo-Spuren auf der Weltkarte findest und dann musst du da so drauf hin und her laufen. Und dann hattest du so eine Chance, dass ein Chocobo im Kampf auftaucht und dann musstest du dem Gemüse hinwerfen, damit er nicht wegläuft und dann die Monster besiegen. Und wenn er danach noch da war, also am Ende, dann konntest du ihn einfangen. Ist schön, dass sie das so ein bisschen ähnlich hier gemacht haben. Aha, aha. 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 Da ist jetzt unser Temps ein Pr both. Oh, super liebe. Ich weiß nicht, weil ich sagen, ob es seid Ja. Wer ist ja? 但是 meidän erf in der Morlinge ist fundamental. Hä, voll aufregend, Junge. Wäre funny, wenn sie das Mikrofon nutzen würden, um... Ähm. ...sind die Chocobos auf dich aufmerksam zu machen. Oh, er schläft. Oh. ...sind die Chocobos aufmerksam zu machen. Das ist gar nicht so einfach. Okay, er teleportiert uns einfach direkt zum Dude. Das ist natürlich vollkommen okay. Okay. Yes! 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 Oh, ist er einfach der cutest? You noticed? You know, they are kind of similar Totally What does he want now? Do you think maybe he's still hungry? Sorry, that's all the food we had Ja, ich wollte auch gerade sagen, der Chocobo-Remix, Alter. Damn. Let's go. Erst ein bisschen Acid schmeißen und los geht's. Oh mein Gott. Ah, da ist unser Typ. Nothing beats a little taste of home, now does it? Hm. Ha, not so much as a feather out of place. Got one healthy bird here. Enough to ride? Sure, though I wouldn't try till he's done eating. Once he's out of spill though, I'm sure he'll come around to the idea, if we ask him nice. Ain't that right. I'll need to prep his gear and all that. So, why don't you wait outside? Hey, Toss! Oh mein fucking Gods! Hey there. What a pleasant surprise. You do remember me, don't you? Es ist Chadley, Junge. Nope. Really? Oh no, hab ich das falsche genommen? It seems I didn't make as strong an impression as I thought. Silly me. Well, allow me to refresh your memory. My name's Chadley. I was the one researching with Tyria in Midgar. We first met in the Sector 7 Undercity, where I asked you to provide me with battle intel. Though brief, we had multiple interactions, through which we got to know each other. How was that? Ring any bells perhaps? Ich glaube, jetzt wird mich Chadley nicht in der Gondel daten. What a relief. Detecting internal monologue. What the hell's this weirdo doing here? I was created by Professor Hojo, you know. Though your thoughts could be read by any cyborg. But, to answer your question, I took a page out of your book and skipped town. Now, the whole world's my laboratory. Speaking of which, I have a favor to ask, if it's not too much trouble. You need more battle intel. That's the cloud I know. Always eager to get on with it. But yes, though, I'd like you to activate some Remna Wave Towers first. They were originally constructed by the Republic of Junon, but were claimed by Shinra after the war. Since which time they've sat idle and untouched, just waiting for someone to put them to good use. The more towers you activate around the world, the more my processing power will grow, as will the area I can survey. I might even be able to construct a communications network independent of Shinra. How does that sound? How does that sound? You'd not only be helping me, but yourselves as well. If we find any, we'll turn them on. Wonderful. I thought you might say something like that. Let's get started then. See that tower? That's your first target. And this will activate it. As the tower is close by, allow me to accompany you. How does he just drop casually, that he's an android? Like, okay. If I remember correctly, you already know that you already know in the Remake, but only when you do all his Battle Challenges. And you just do it. And then you get so a extra scene, where it's like, oh, by the way, I'm a robot. So, and then you think you're like, okay, nice. And here he says that he's just like, oh, by the way, as a from Hojo erschaffener android. Haha, as if it's not anything. Bro, what? Tell you about, people know that they don't know. So, I think, im ersten Teil sagt er halt, er ist zwar irgendwie von Shinra erschaffen, aber er findet alles, was die machen, doof. Oder irgendwie so, und deswegen hilft er uns. Ich hab seine Story nicht mehr so genau im Kopf, aber irgendwie sowas müsste das gewesen sein. Ah, jetzt können wir die auch anmachen. Hm. Oh. Tower activation confirmed. Initiating preliminary scan of the grasslands. I'll ascertain the locations of fiends and natural resources. Okay... Uh... Funkturmen? Uh... Ja, Square hat sich so Final Fantasy... äh, Square hat sich einfach Assassin's Creed angeschaut und macht sich so, ey, Türme, Fire-Gameplay. Das packen wir auch in Final Fantasy 7. Genau das, was wir brauchen. Okay, das ist... das ist witzig. Okay, das ist praktisch. Okay. I wish you all the best in the long journey that lies ahead of you. And remember, you're not in this alone. Should you require assistance, just ask. D, 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 d... Sick, schätze ich. Sorry, ich habe deine, 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 deine Frage nicht gesehen. Äh, das ist die Vollversion. Okay, schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Ich habe meine Zweifel, aber cool wäre es. Okay, das ist einiges hier. Alles, was wir brauchen, ist Kampftraining, Sephiroth und ich bin der glücklichste Mensch. Ach. Ich weiß nicht, was Stufe Auto bedeutet. Erfolgreich im Abschluss eines S-Bar-Kampfs und Kampfs-Nomulator. Hä? Okay. Schauen wir mal. Mal gucken, wie das wird. Mal gucken, wie das wird. Ähm, Fertigkeiten, Impulsieb. Nochmal. Oh Gott. Ah, sie kennen... Oh, shit. Verdammt. Ah, nein. Ich dachte, ich hätte ihr Vita irgendwie gegeben, aber anscheinend nein. Röking, danke für den Sub. Ja, das wird so nichts. Ich habe beschlossen, dass das hier nichts wird. Warte. Äh, hier... Materia... Warum hast du Luft, aber kein Vita? Du bist literally die Heilerin der Gruppe, Junge. Hahaha. Okay, Glut kann ich dann theoretisch durch Glut und Frost austauschen, weil das quasi einfach das gleiche ist. Oh, okay. Sie hat so ein Ding. Ja, das ist natürlich praktisch, aber... Ich glaube, dir gebe ich lieber das Auto Spezialfertigkeit, Dingsbums. Ich glaube, das macht Sinn. Okay. Da, 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 da. Ich darf das vor dem Release streamen. Ich habe das okay von Square. Also, das Ding ist, wenn ich es nicht dürfte, würde ich es nicht machen. Das ist die generelle Baseline, so. Wenn ich nicht wüsste, dass ich es nicht darf, dann würde ich es halt auch nicht tun. Äh, ansonsten... Versuchen wir es nochmal. Halt die Klappe. Oh Gott, jetzt habe ich es gecancelt. Komm schon. Oh mein fucking Gott. Okay, los geht's. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Damn, okay. Okay. Fuck me, Alter. Ah, das gibt's doch nicht. Ah, das gibt's doch nicht. Warum ist Tifa gestorben? Come on. Vielleicht schaff ich das doch noch nicht so. Vielleicht gebe ich doch auf. Ich bin bereit. Okay, das hat spektakulär nicht funktioniert. Naja, ich mach halt auch nur so 1HP Schaden, von daher... Das wundert mich halt einfach nicht, dass das alles nichts wird, so. Ich bin halt Level 17 und du musst wahrscheinlich irgendwie Level 25 hierfür sein. Aber gut. Gut, gut, gut. Okay, was haben wir denn auf der Karte jetzt noch freigeschaltet? Hier ist auf jeden Fall irgendwie Stuff. Hier ist ein Stuff. Hier ist irgendwas richtig spektakuläres. Nehmen wir erstmal nach hier. Kann ich das irgendwie markieren? Ah, hier so. Ne, warte. So. Kann ich nicht mit dir reden? Hm? Hey, perfect timing. Pico's all prepped. But first, here. You just give that whistle a toot and your Chocobo will come a running. So, who here's never been on Chocoback? I haven't. Why don't we take a few laps to get you comfortable then? Come with me. Okay, habe ich gerade einfach das eine Ding übersprungen, weil das Spiel nicht wollte? Das müsste ja das hier sein eigentlich, oder? Hoffe ich. Hä? Wie weird. Warum konnte ich gerade nicht mit denen reden? Okay, ne, es geht echt nicht. Das ist ja super weird, dass das nicht funktioniert. Warte, wir speichern kurz nochmal. Und laden einfach mal das Spiel neu. So. Schließen. Nö, geht einfach nicht. Okay. Sad, so. Hey, perfect timing. Pico's all prepped. But first, here. So. Strange. Zumindest habe ich jetzt einen Speicherstand einfach direkt dort. Das heißt, ich werde irgendwann die Gespräche nachholen können, wenn da tatsächlich welche sind. hier sind. Hier ist ein paar Schenze. Die Schenze. Das ist ein paar Schenze. Hier ist ein paar Schenze. Hier ist unsere Böge. Die Nasty Weasel. Aber du musst nicht all das interessieren. Du fokussierst auf die Basis, wie sicher, dass du nicht von der Sattel getrennt hast. Warum solltest du nicht auf den Pico gehen? Und gib mir ein Holler. Okay. Aber wie ist es, dass wir die Legen ein bisschen streiten? Los geht's! Uh, voll cool! Los geht's, los geht's, los geht's! Uh, sick! Ha, sogar einfach den Rekord gebrochen! Hau raus, Junge! Okay. We need to move on. Hm. Okay, Zeit für Sidequests. Okay, wir haben Quick Travel. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Alles, was ich möchte, ist den Chocobo-Dance. Ich bin sehr sad, dass wir den nicht kriegen. Okay, hier können wir unseren Chocobo customizen, aber das können wir noch nicht, weil wir einfach noch nichts haben. Oh, ich verstehe. Billy talked to you, didn't he? Ich bin meaning to go pick flowers, aber die Planeten sind viel zu gefährlich für das. Ich bin sorry zu hören, dass. Als ein flower-lover selbst, ich sympathize. Well, die Sache ist, ich will eine Flower-Krown. Mom used to make them for uns all the time, so I wanted to give it a try, aber mit all den Monstern, ich weiß nicht, wie ich könnte. But here's an idea. Maybe we could do the picking for you? Sure. Cloud, thoughts? Truth is, our parents died in an accident when I was really little. Billy doesn't like to talk about it. Sorry. We used to go on these family picnics. And after we were done eating, Mom would make flower crowns for me and Billy. I'd wear mine for days. Really? You will? The flower's grown a hill that's got a great view of Midgar. It's kind of far, but a chocobo will get you there quick. Thank you so much. Chloe's schon cute, ne? Wie sie einfach alles auseinander nehmen, Junge. Einfach ohne Rücksicht auf Verluste wird hier alles umgerannt. Meine Fresse. Und soweit finde ich das Spiel ganz cool. Ich muss sagen, ich bin echt begeistert, wie sie zumindest den ersten Teil der ganzen Geschichte hier gemacht haben. Das ist schon ganz ordentlich so. Es ist... Okay, warte mal. Ah, wir kommen nicht zu Midgar. Das ist einfach nur... Einfach nur Nebel, Junge. Okay, wir müssen nach hier. Kann ich mehr als ein Ding setzen? Nein, okay. Dann machen wir das erstmal so. Okay. Okay, wir müssen nach hier. Es scheint über dem Kopf deines Chocobos das Fragezeichen-Symbol. Bedeutet, dass sein Hase in der Nähe einen Gegenstand vergraben hat. Okay. 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 Ah, nehmt's. Oh mein Gott, eine Play Arts-Action-Modell-Sitzbank. Ich dreh durch. Das ist ziemlich witzig. Auch cool, dass sie hier dieses Theme aus dem Remake spielen. Pasca, die Antwort auf deine Frage ist, äh, abhängig davon, wie schnell dein Internet ist. Weil das Spiel ist einfach 150 Gigabyte groß und du musst noch ein 10 Gigabyte Patch dazu runterladen. Das hier ist spannend. Das hier ist spannend. Ah, verdammt. Damn, okay. Was für ein... Damn. Ich weiß gerade gar nicht, wo meine Version von Nightgames herkommt. Ich hab nicht auf die Sprache geachtet. Ich hab nur gesehen, es hat ein Wendekover. Es hat ein Peggy, äh, Auszeichnungsdings. Und das ist alles, was mich interessierte. Oh, es gibt echt viele Türme hier. Junge, Junge, Junge. Oh, was ist das denn aufregendes? Oh, was ist das denn aufregendes? Oh, was ist das denn? You've stumbled upon a Lifespring. Why don't you try scanning it? See what you uncover. Accessing the planet's figurative database should help us learn about the area. Could that be a Lifespring? Cool. Das ist ja cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Durch die Analyse der Lebensquellen kann das Wissen des Lebensstroms entschlüsselt und die Regionsberichte festgehalten werden. Und in Regionsberichten festgehalten werden. Bleh. Cool. Das ist ja, das ist, oh mein Gott. Das ist voll cool. Das ist voll schön. Das mag ich. Das haben sie gut gemacht. Das haben sie cute gemacht. Game of the Year? Keine Ahnung. Ich spiele es erst seit vier, fünf Stunden. Frag mich nochmal, wenn ich durch bin. Aber wenn sie die Qualität hier beibehalten, dann ist auf jeden Fall schon mal ein guter Frontrunner. Man weiß ja nicht, was dieses Jahr noch rauskommt. Vielleicht ist ja das Peach-Spiel auch so krass, dass das einfach Game of the Year wird. Weiß man ja nicht. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 Oh, er ist happy. Oh, zumindest die Kleinen kann man streicheln. Voll cool. By the way, Comedy Gold einfach. Ja, auf dem Schokobo, ne? Wahnsinn. Wahnsinn einfach. So, irgendwo hier... In dem Ding drin? Hä? 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 Das ist in der Wand. Und... Oder? Bin ich einfach nur weird gerade? Ne, das ist literally in der Wand. Tja, dann halt nicht, schätze ich. Oh, wie der Kleine mitspeedet. Voll gut. Komm, mach mir ihn happy. Ich kann die Kleinen nicht so... Ich kann sie nicht so stehen lassen. Wundervoll. Wundervoll. Wundervoll einfach. Let's go. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich hier lang? Kann ich einfach durch? Okay. Okay, das ist so kompliziert, wie ich dachte. Oder? Vielleicht... Möglicherweise doch. Ich muss nämlich nach da oben und nicht nach hier unten. Gute Nacht, Neidbert. Kann ich hier einfach... Kann ich hier einfach... Vielleicht doch einfach da hoch? Ah, guck mal, das funktioniert. Wenn ich dich nicht verrufe, was ich wollte, waren. Und was ich nicht verrufe, war. Ich bin wundern. Also würde ich mich, wenn du sie bist. Ich kann die VžB. Danke. Danke. I'm coming! Here he comes! Here! Ah, noch ein bisschen. Deal with that. I got this enough. Wow, just look at all of them. I've never seen these kinds before. So, know which ones to pick? Yeah, I got this. As much as I want to believe you, your face says otherwise. Good thing you've got me here. Sort of reminds me of when we picked flowers for the leaf house. Okay, wir brauchen ganz viele rote. Oh, now these are vibrant. So you like deep passionate reds, do you? That's a start. But we're definitely gonna need more. Dann brauchen wir ein paar weiße. Wow, these smell heavenly. Definitely the right choice if you want something fragrant. Und zuletzt noch ein paar gelbe. So cute. And soft, too. Perfect for a flower crown. Alright, that should probably be enough. Let's go get into Chloe. Krass, wie man da hinten einfach Midgar sehen kann. Das ist schon cool gemacht alles. Das haben sie schon echt gut gemacht soweit. Das ist schon cool. Ich würde vielleicht den hier noch mitnehmen. Das ist schon mal wie eine скreisse. Das ist schon mal wie eine Diekta. Das ist schon mal wie ein Kaffee. Das ist schon mal. Ich würde vielleicht noch mitnehmen. Das ist schon mal wie eine die Kaffee. Das ist schon mal. Du 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 du. Oh, voll gut gelegen, Alter. Schöner Finisar. Tada! Warte, das war falsch. Hier. Ich glaube, wir können jetzt noch nach keinem zurück. Und da einfach noch ein paar Sachen machen. Das sollten wir definitiv auch noch angehen. Aber zuerst bringen wir mal die Blumen zurück. Kann ich irgendwie Quick Travel? Ja. So, Mädchen. Ich habe deine Blumen. Wow. Look at all of these. Thank you. It was our pleasure. I'm kind of worried, though. What if mine's not as pretty as Mom's? Well, lucky for you. I just so happened to be a florist. I'd be more than happy to help you put one together. Really? We'll make two. Right, Cloud? Sure. Look! It's just like Mom's. But this one's all yours. Yeah. I didn't think I could do it, but I did. You two are the best. I couldn't have made this without you. Yeah, you could. Believe in yourself. Thanks. There's something I can help you with? Oh, Billy. Here. For you. Oh, did you make this? Uh-huh. Thanks. So? Cute. Don't you think? Yeah. Cute. Das ist schon niedlich. Das ist schon... Das ist schon putzig gemacht alles. Aber gut. Nachdem wir hier in den Laden nochmal auseinandergenommen haben, würde ich hier, glaube ich, den Schlussstrich ziehen. Für heute. Dann kann ich die ganzen Sachen noch bearbeiten und morgen alles hochladen und dann einfach den ganzen Tag Final Fantasy 7 Rebirth spielen, sobald ich aufwache. Ähm. Entsprechend... War's das von mir? Hehehe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017